Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem Outside-EO-Podcast, das ist Folge Nummer 142, war es richtig? Ja, gut. Ich bin wie immer die Jassi und das ist der Marco. Hallo. Und ja, jetzt haben wir fast zehn Minuten diskutiert, was wir für ein Podcast-Thema nehmen sollen. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, das Wetter ist so schön, lass doch ein bisschen über das Outdoor-Training quatschen. Über den Sommer. Ja, und dann hat der Marco gesagt, ach die guten alten Corona-Zeiten, wo wir so viel draußen trainiert haben. Und dann habe ich gesagt, ach komm, denk doch nicht immer gleich an sowas. Ja doch, das ist mir jetzt tatsächlich sofort dazu eingefallen im Draußentraining, als wir die Parkplätze, ich glaube am Anfang durften ja fünf Leute draußen trainieren, das war ja auch alles begrenzt. Aber da war nicht klar, ob der Trainer mit dazugehört oder nicht. Genau, furchtbar war das. Und dann haben wir doch die Pferdematten rausgelegt, immer zwei Parkplätze Abstand. Und das Erste, was mir heute dazu eingefallen ist, wie wir überlegt haben, ja wie können wir das Equipment draußen deponieren, dass wir es nicht dauernd rein- und raustragen müssen. Also verrückteste Workouts, glaube ich, die wir je draußen gemacht haben. Du hast mal irgendjemandem, glaube ich, das Yoke tragen lassen über dem Block, kann das sein? Ich glaube, das haben sie freiwillig gemacht. So Slamballs und sowas, gell? Slamballs haben wir gemacht, genau. Also das Verrückteste, weiß ich nicht, aber wir hatten doch mal so einen T3-VW-Bus mit Pritsche. Da haben wir mal zwei Rudergeräte, Handeln, Gewicht mitgenommen und sind in der Nähe zu so einem Bach gefahren und haben auf so einer Brücke gecleant, was schon relativ cool war und dann irgendwie einen Workout gemacht, 1000 Kalorien rudern zu zweit und wer nicht rudert, läuft so eine 800 Meter Runde. Und das weiß ich noch, wie heute, weil es waren zwei Zweierteams und wir sind da gelaufen und haben gerudert und da gehen ja, das war glaube ich sogar am Samstag oder so, da gehen ja Menschen dann spazieren mit ihren Kindern und die Kinder sind natürlich interessiert, was wir da so machen und die Erwachsenen ganz oft, ja geh da nicht hin zu denen, die sind verrückt. Also für die Leute war das so abstrus, dass die Menschen Sport machen. Ganz abwegig ist es nicht. Ja, auf der anderen Seite hast du ja auch so Situationen wie am Olympiabark, dass teilweise die Leute am Kalisthenicspark eben nicht mehr so richtig gut trainieren können, weil die Kinder das echt überlaufen. Das ist dann auch manchmal mal so, mal so, gell? Ja, aber München hat jetzt einige Kalisthenicsparke wieder aufgemacht. Also bei uns gibt es jetzt zwei, also wirklich von wo wir wohnen. Der eine ist 500 Meter weg, der andere einen Kilometer. Also da hat München schon nachgelegt. Ist eh gut, dass so viel nachgelegt wird mit Trainingsmöglichkeiten draußen. Ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erwähnt, jetzt so mal in der Türkei, wenn ich da Urlaub mache oder so, an jeder Stelle am Strand gibt es da irgendwas. Also es sind keine qualitativ hochwertigen Klimmzugstangen oder irgendwelche Geräte, aber du kannst so ein bisschen an irgendwas rumtrampeln oder irgendwas mit den Armen bewegen. Stimmt, ich glaube, du hast sogar Bilder. Man braucht dann irgendeinen Vlog. Falls ich den finde, verlinke ihn da oben. Ja, den findest du nicht. Bei den ganzen 52, die wir da gemacht haben. Egal. Was ich nur sagen wollte, wir haben ja in den Gruppenstunden dann auch eigentlich so, was wir dann draußen machen konnten, ja auch oft mal draußen dann auch extra dafür programmiert, sowas wie Laufen, Air Squats, Push-Ups, solche Kombinationen natürlich. Gerade wenn man so 400 Meter Repeats hat, wenn man dann draußen so eine Strecke mal abmessen kann, wie zum Beispiel da hinten, wir haben ja einmal diese 1000 Kilometer Strecke und einmal diese 400 Meter. 1000 Meter, 1000 Kilometer wäre eine lange Strecke. Und diese 400 Meter Strecke da auf der anderen Seite, und das war eigentlich schon immer ganz schön, zumindest bis die Nachbarn sich da ein bisschen entnahmen. Beschwerd haben. Ja, mir fällt da gleich wieder ein mit dem Laufen. Wir wollten heute was Positives aufnehmen, keinen Rent. Aber ich habe ja diverse Schulen in der Umgebung zum Beispiel angeschrieben, die 100 Meter Bahnen haben zum Sprinten oder 400 Meter. Auch gegenüber beim Jahn. Alles mal angeschrieben, ob man das mal mieten kann, dass wir da mal auch eine Laufeinheit oder so machen könnten. Und du kriegst halt keine Antwort. Also die Stadt München interessiert sich gar nicht. Der Jahn will nicht. Also es ist schon so, dass es genügend Sportstätten in München geben würde. Eine Zeit lang haben wir mal gesprintet auf einer Bahn, da sind wir dann vertrieben worden, weil es könnte kaputt gehen, keine Ahnung. Also die Sportstätten liegen brach, aber es wird Leuten schwer gemacht, die versuchen Sport zu machen. Dann kriegt man trotzdem irgendwie keine Antwort, keine Genehmigung. Und weil es halt meistens in Schulen drin ist, macht es ja irgendwie auch Sinn, dass die da kontrollieren, wer da rumläuft. Klar. Darum geht es gar nicht. Aber wenn jemand nachfragt und ja offensichtlich einen Hintergrund mit Sport hat und so weiter, wäre es halt schon nett, wenn man dann die Möglichkeit hätte, so brachliegende Sachen zu nutzen. Zu Zeiten, wo sie gar nicht gebraucht werden. Genau. Also mal auf eine 100-Meter-Bahn gehen und Sprinten üben, wäre nett. Ich glaube, ich hätte sicher mal viele Bock dazu, das mal zu machen oder mal eine 400-Meter-Bahn zu nutzen. Vielleicht eine Kettlebell mitnehmen oder irgendwas Leichtes und da Workouts zu machen. Das finde ich super cool, aber es scheitert halt oft an der Bürokratie. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass das Problem ist, auch bei Turnhallen oder sowas, so ähnliche Dinge auch gegeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel heute sagen würdest, hey, ich will jetzt mal zum Turnen gehen, weil ich habe jetzt 20 Jahre lang nicht geturnt oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, auch nicht so. Das ist einfach. Da musst du schon Connections haben, damit das funktioniert. Ja, da musst du dann den Verein finden und dann halt in die Turnstunden gehen. Aber da gibt es auch noch Kinderturnstunden bei den meisten. Ja, und Turnhallen anbieten ist auch nicht so leicht, weil die sind alle, alle ausgebucht. Ja, also ich verstehe schon, dass das reglementiert sein muss, aber da muss man jetzt ganz klar sagen, okay, man zahlt so und so viel für die Nutzung und dann mit den und den Auflagen, dass man den Müll wieder wegnimmt oder so, Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Aber finde ich schade, aber das würde ich gerne ab und zu mehr machen, gerade über den Sommer. Ja. Dass man nicht immer nur im Keller turnen muss. Ja, wobei, da wird der eine oder andere jetzt zuhören und sagen, hey, wenn Laufen dran steht und ich muss ab und zu die Box verlassen und dann wieder reinzulaufen, das hasse ich sowieso. Das habe ich schon oft gehört. Manche finden es total super und feiern das voll. Und dann gibt es wiederum andere, die hassen das total, dieses Laufen draußen. Also da scheiden sich auch die Geister. Ja, ich glaube, dass die Leute generell, also einige bei uns Laufen gar nicht so cool finden und das rein, raus ist dann nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Aber ich glaube, jetzt für den Sommer wird es ja wieder cool, weil es bei uns halt schön kühl ist. Ja. Also auch wenn es draußen dann die 30, 35 Grad hat, bei uns hat es halt maximal 22 und gut ist. Das heißt, es ist immer schön kühl zum Trainieren drin. Das, glaube ich, ist schon ein Vorteil. Ist aber auch der Nachteil im Winter, weil dann denken Sie sich, ja, jetzt geht es in den Keller runter. Da ist es sicher kalt. Ach so. Da war es aber genauso warm wie im Sommer. Nee, bei uns ist es schon im Winter natürlich unten auch kälter. Ja, weil es ist nicht so ein Unterschied, wie es gefühlt für die Leute ist. Ja, das kann sein. Stimmt. Ja, ich warte jetzt trotzdem noch auf irgendeine richtige Idee. Das müssen wir jetzt unbedingt mal draußen machen, weil so einen Workout haben wir draußen noch nie gemacht. Naja, was wir noch nie draußen gemacht haben, was wir aber hoffentlich machen werden, ist am 1. Mai unseren Rudermarathon. Wenn das Wetter mitspielt, machen wir das natürlich draußen und nicht in der Box. Ach so, das stimmt. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist cool. Ja. Und dann können wir auch nicht beim Foodtruck sozusagen Päuschen machen. Na, ich glaube, ob man nicht beim Foodtruck unbedingt dann Päuschen machen muss, weil ich glaube, wenn der Duft von den Burgern kommt, ist der Pathos beim Rudern, glaube ich, nicht mehr so groß. Das stört mich nicht. Aber ja, nee, hast schon recht. Ja, cool. Voll. Also das wäre schon cool. Ja, das Problem ist halt, dass wir halt in einer nicht so planbaren Wettersituation leben. Also wenn wir mal das Programming für die Wochen machen, dann kann man ja schlecht sagen, ja, Mittwoch, da machen wir jetzt mal draußen laufen oder das und das draußen. Und dann regnet es da aber quer. Dann ist es halt blöd. Das heißt, man muss immer eine Option überlegen, wie man es hinbringt, wenn es dann regnet. Ja, gut, theoretisch muss man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, Teil vom Crossfit ist ja regularly learn and play new sports. Und im Idealfall ist ja viel davon dann eigentlich auch draußen. Und ich glaube schon, dass ziemlich viele von unseren Mitgliedern ja einfach auch mal draußen so irgendwas anderes machen. Von daher gesehen, vielleicht geht es ihnen dann auch gar nicht so ab. Also du weißt, was ich meine, wenn sie sozusagen sowieso schon draußen ab und zu mal Sportarten machen, dann ist es vielleicht auch gar kein Stress, wenn halt dann einfach mal Crossfit auch indoor ist. und das meistprogrammierte Crossfit-Workout auf Crossfit.com ist 5K Run. Das müsste man eigentlich mal an die Tafel schreiben, egal bei was für einem Wetter. Und dann einfach mal nur gucken, wer reagiert, wie wenn wir draußen fünf Kilometer laufen gehen. Also ich weiß safe, dass wenn wir es hinschreiben, alle Concept-2-Bikes an dem Tag belegt sind. Das könnte sein, ja, das stimmt. Das ist ein komischer Zusammenhang, aber der ist immer da. Haben wir das schon jemals gemacht? Einfach nur 5K Run draußen? Ganz selten. Dir ist es bei Drop-Ins ganz oft passiert, in anderen Boxen, gell? Genau. Wenn ich irgendwo war, dann war es zwei, drei Mal schon, dass ich mir gedacht habe, Mensch, endlich mal eine coole Box. Also das ist halt noch zehn Jahre her oder so, ich weiß jetzt noch in 2012 in Kopenhagen, waren wir Regionals angeschaut, die Niki und ich, und haben Drop-In gemacht bei Crossfit Kopenhagen in der Kirche. Also es war eine umgebaute Kirche. Und dann war da tatsächlich 5K Run. Und dann sagten, naja, jetzt mache ich extra einen Drop-In und will da hin, weil ich es so oft auf Video gesehen habe. Und dann laufe ich da um den Block. Die werden sich gedacht haben, this is my church. This is where I heal my hurts. Genau. Und es gab da eine Alternative tatsächlich. Okay. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, wenn ihr in die Box kommt und da steht 5K Run dran. Wir haben ganz viel bei den Homeworkouts über Corona, da haben wir ganz viel 3K, 5K und so weiter. Und das wurde auch gemacht tatsächlich, ja. Ja, aber da, glaube ich, war ja jeder froh, dass er raus konnte. Also da war es ja wieder, glaube ich, ein anderer Ehrgeiz auch. Ja gut, viele sagen natürlich, das kann ich auch zu Hause machen, dann muss ich nicht in die Box vorkommen. Aber da kann man natürlich genauso gut sagen, ja, machst du es da noch wirklich? Also musst du vielleicht doch in die Box kommen. Die wenigsten machen es dann, genau. Also musst du vielleicht doch mal in die Box kommen, um mal 5 Kilometer zu laufen. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich zugeben, es gibt einfach Menschen, die irgendwelche Geschichten haben, wo man einfach schlauere Sachen machen kann, als 5 Kilometer zu laufen. Das muss man auch mal so stehen lassen. Stimmt, und das sieht man ja, wenn man mal ein bisschen mit Auge für Bewegung im Park geht und sieht die Leute joggen, denkt man sich es bei 90 Prozent, dass es schlauer wäre. So Genordic Walking oder so, genau. Sie würden nicht joggen und dafür was anderes machen, ja. Ja, oder halt einfach spazieren gehen oder sowas ist sicherlich dann auch einfach die bessere Alternative. Ja, voll. Also aber generell, wenn ihr irgendwie Bock habt auf mehr draußen, sprecht uns mal an, jetzt haben wir ja den ganzen Sommer noch vor uns. Ja. Wir finden immer Mittel und Wege, dass wir was draußen machen können. Aber ihr müsst es ja auch wollen. Und das wäre toll, wenn es ihr uns sagt, wenn ihr das machen wollt. Weil wenn wir das beschließen, dass es für euch toll ist, heißt es nicht, dass es für euch toll ist. Also so, wie es immer ist. Genau. Sondern wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir das gerne ein, zweimal die Woche einbauen, dass man sagt, okay, ganz bewusst, man macht was draußen, gibt ja genügend Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass uns da die Ideen ausgehen würden. Nee. Wir können ja auch einfach so machen, dass wir ein Programm machen, was theoretisch draußen auch möglich ist und dann halt einfach die Gruppe halt fragen, ob sie Bock haben. Und wenn die Mehrheit halt sagt, ja, will ich machen, dann machen wir es und wenn ich dann nicht. Ja, wobei dann, wenn dann schon alle das machen müssten. Muss ja nicht immer mit Laufen sein. Du meinst alle an dem Tag oder alle in der Stunde, nur alle in der Stunde? Ja, genau. Ja, okay. Also ich fände es schon toll und es muss, wie gesagt, nicht immer Laufen sein. Also es gibt genügend andere Möglichkeiten draußen was zu machen, muss nicht Laufen sein. Ja, oder halt wieder irgendwas einpacken und wollen das hinfahren. Ja, wollen das hinfahren, das ist jetzt für zehn, zwölf Leute fast unmöglich, aber zumindest könnte man sagen, okay, an dem Abend ist es schön und man sieht, das Wetter hält auch die Stunde um vier, schafft die Sachen raus und die Stunde um acht, dann schafft dann die Sachen wieder rein und dass man dann mal was draußen macht. Aber was du vorher erklärt hast, mit dem ihr Gewichte und sowas eingepackt habt und wie viele wart ihr da damals? Vier. Achso. Ja gut, aber man würde zum Beispiel schon auch machen können, dass sich zehn Leute halt an einer Location treffen und man packt halt Equipment ein, was absolut minimalistisch ist. Also zum Beispiel, wir packen einen Dumbbells oder Kettlebells und dann macht man halt einen Jugo-Aigo und verschiedene Übungen, die man halt dann aufteilt, weil dann brauchst du eigentlich nur noch für fünf Teams zwei Sachen und da kannst du dir schon eine ganze Menge überlegen. Du weißt, wir haben ja doch früher öfter Crossfit-Reisen auch nach Bozen gemacht, nach Südtirol, auf so einem Bauernhof, wo wir auch trainiert haben. Ja, habt ihr so Baumstämme, so kleine Gerge-Overhead-Squatted und so. Genau, das gemacht im Wald oder wir sind halt einmal über einen, ich bringe den Pass nicht mehr zusammen, über irgendeinen Pass gefahren und haben dann die Kettlebells mit auf den Gipfel getragen und haben dann auf dem Gipfel auf 2200 dann mit den Kettlebells einen Workout gemacht. Richtig. Da haben sie schon ganz schön komisch geschaut, wie wir die Kettlebells den Berg hochgeschleppt haben. Die anderen Menschen? Ja, genau. Das denke ich mir. Ja, andere Menschen schauen da komisch, das stimmt. Wir hatten ja auch schon mal die Situationen, wo grundsätzlich Trainierende angeschaut wurden, was sie da machen, die ja noch ganz normal sind, ja. Ja, auf jeden Fall ist es immer lustig und danach gibt es eine lustige Geschichte zu erzählen, das macht auf jeden Fall Spaß. Nö, aber das können wir für heuer mal einplanen. Wann war das mit der Schnitzeljagd eigentlich? Wir hatten nochmal eine Schnitzeljagd draußen. Ich glaube, das war auch während Corona. Ah ja, das stimmt. Das war auch mit dem Calisthenicspark, dass sie dann immer so Aufgaben hatten, an der Klimmzugstange ein paar Sachen machen, dann irgendwie weitergehen, das und das suchen und so, gell? Ja. War eigentlich auch lustig gewesen. Naja, da mussten wir die Menschen dazu bringen, sich nicht ganz so gehen zu lassen, sondern irgendwas zu tun. Ja, unsere Mitglieder hatten da keine Probleme damit. Das stimmt. Man muss ja sogar sagen, es sind ja auch während Corona einige neue dazu gekommen, was ich auch ziemlich geil finde, weil die eben auch schon erkannt haben, so jetzt Corona, jetzt geht es gleich dreimal nicht, dass ich nichts mache. Ja, gefühlt waren die Leute auch durch die ganzen Online-Videos und so weiter. Wir haben ja ganz viel natürlich mit Körpergewicht gemacht, aber so Standwaage und die ganzen Geschichten, FLR, das lief wie Schmitz Katze dann. Überhaupt diese ganzen Core-Sachen und Push-Ups und so, das lief wie Schmitz Katze. Ja. Das war richtig gut. Wie läuft eigentlich Schmitz Katze, aber egal. Schnell. Schnell. Schnell, ja. Nee, voll gut. Also, ja, müssen wir auf jeden Fall, schauen wir mal, ein bisschen mehr draußen trainieren, können wir uns echt angreifen. Ein bisschen mehr Sonne. Mhm. Das ist sowieso. Der einzige Nachteil ist heute, es gibt ja genügend, wir haben auch genügend Allergiker, weiß nicht, wie die dann draußen mit der Belastung zurechtkommen. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach vorher anfragen, deswegen. Genau, meldet euch gerne, wenn ihr Bock habt oder sagt, für mich ist das nichts. Ich verbrenne, ich bin der komplett neulische Typ, ich gehe in Flammen auf, wenn ich in der Sonne bin. Genau. Ja gut, ich würde sagen, wir überlassen uns bei einer kurzen Folge, weil... Die letzten waren eh wieder lang. Genau, die letzten waren eh wieder lang und ihr solltet jetzt auch viel draußen sein, deswegen, wobei draußen kann man ja Spotify hören, braucht man kein YouTube, außer man hat YouTube Premium, dann kannst du natürlich auch das Fenster schließen, was ich übrigens schon ein ziemlich geiles Feature finde. Also ich finde ja generell, wenn man YouTube nutzt, ist die Premium-Mitgliedschaft mit das Beste, was man machen kann, dass man keine Werbung hat. Ja. Also das ist schon Lebensqualität. Und ich muss ja sagen, als früherer Amazon Prime-Gucker, ich bin ja ein bisschen angefressen jetzt, weil die ja jetzt anfangen mit dieser Werbung da... Das ist jetzt doch noch ein Rent draus machen. Nee, aber das nervt mich extrem, weil ich verstehe ja, wenn es eine Preiserhöhung gibt, dann passt es an, alles gut. Und jetzt kannst du ja mit ein bisschen mehr Geld dann ein bisschen weniger Werbung haben, das verstehe ich nicht, weil entweder halt dann einfach, dann zahle ich mehr, dann habe ich auch keine Werbung, das ist vollkommen fein für mich, aber dann immer noch, so ich kann mehr zahlen, dann habe ich ein bisschen weniger Werbung, aber bei manchen Sachen immer noch genauso viel. Was soll das? Verstehe ich nicht. Das machen wir jetzt auch immer. Einer von den Stunden hält, macht der andere zwischendrin einen Werbeblock rein. Ja, aber was willst du denn dann bewerben? Keine Ahnung. Blümanteil und irgendwelche... Eiweißshakes. Eiweißshakes mit Banane und Beeren. Genau. Stimmt. Da läufst du immer mit dem Wärmebanner durch. Stell dir mal vor, so 20 Minuten M-Rap und so alle drei Minuten gibt es einen Break, wo du erzählst, es gibt übrigens auch Eiweißshakes. Genau. Aber das würden die Leute ja feiern, wenn sie dann Pause machen dürfen. Weil sie müssen ja die Werbung bewusst zuhören. Mich würde das so nerven. Mitten im Morgen, stell dir mal vor, so bist du gerade auf der Jagd nach deiner neuen Friend-Zeit oder was weiß ich was. So, das dauert dann drei Minuten und in einer Minute ist so kurze Werbepause. Ja, bei gestern in meiner Engine zum letzten Intervall, der Zug hat keine Bremsen angemacht. Da ging auch ein Aufschrei durch die Menge. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist da eh mit deinen Musikdingern, die du manchmal anmachst, speziell. Ja, aber es hat so gut gepasst. Ja, ich würde sagen, wir driften schon wieder ab. Lassen wir es gut sein für heute, oder? Ja. Ja, dann wie immer, Freunde, am Ende von der Folge, wir freuen uns auf eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, YouTube, Daumen hoch oder Kommentar, wenn ihr euch das bis hierhin angetan habt. Und ansonsten noch kurz der Aufruf, Rudermarathon, wer sie noch nicht eingetragen hat, die meisten Teams sind, glaube ich, schon recht gut gefüllt. Ich glaube, zwei hätten wir noch frei. Zwei hätten wir noch frei. Ja, wir wollen schon gerne 14 Rudergeräte voll haben. Das wäre schon cool. Und vielleicht da draußen, also wenn das Wetter mitspielt. Ja, 14 wäre schon gut. Weil wir können ja nicht 14 Jahre alt werden und dann nur auf zwölf Rudergeräten, oder? Nein, das geht nicht. Das wäre dann schon ein bisschen weg. Dann musst du halt nochmal einen allein rudern. Also, das glaube ich, ist nicht in den Karten drin. Nochmal einen alleine. Das wäre ein bisschen krass. Jassi und die Riesen. Ja, wir brauchen auch noch einen Teamnamen für unser Team, ja. Ja, Jassi und die Riesen. Nee, den Namen finde ich jetzt nicht so. Wir lassen den Tobi, den Teamnamen aussuchen. Okay. Machen wir so. Okay, Freunde, dann. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.